Wir sind schon so weit, ich mach dich da auch mal an. So, herzlich willkommen auf der Bioerleben, es ist die zweite Kochshow heute. Wir kochen ja schon seit Freitag. Der Sonntag ist erst das zweite Mal bei Bioerleben mit dabei. Und das ist auch der Grund und die Motivation war auch die Kirche mit einzubeziehen. Weil das, was Bioerleben bedeutet, sind Dinge, die mit Werten zu tun haben. Und deswegen ist der Sonntag eben auch das, wo wir versuchen, auch diese Kochshow ein bisschen in diesem Bereich mit Kirche zu verbinden. Wir sind wahnsinnig stolz drauf und freuen uns drauf, dass die Regina Werner von der Maria-Wart-Schule hier bei uns ist, die nämlich da die Küchenchefin ist. Und die normalerweise für wie viele Kinder kocht? 120. 120. Also, Sie können davon ausgehen, dass Regina sehr gut kochen kann, dass sie sich mit Lebensmitteln beschäftigt, auch im, ja, wirklich auch im Bereich der Werte, auch im Bereich mit Verantwortung, was die Tiere angeht. Wir haben gerade darüber diskutiert, weil wir eine Flexitarierin hier hatten. Kennst du Flexitarier? Mehr kenne ich noch mit. Was ist das? Für Flexitarier nennt man die Menschen, die, wenn sie nicht wissen, wo das Fleisch herkommt, lieber vegetarisch bleiben, kein Fleisch essen. Aber wenn, wie die Erika gerade gesagt hat, wenn ich weiß, dass es ein Bio-Rind ist und dass du das gekauft hast und gemeldet hast und das alles passt, dass man dann auch ein Stück Rindfleisch gerne isst. Die heißen dann Flexitarier und das ist, glaube ich, genau das, was wir jetzt thematisieren wollen. Jetzt müssen wir aber gleich mit dem Kochen anfangen. Genau. Erst noch einen Applaus für Regina, sie ist ein bisschen nervös. Also, sag uns, was wir machen, dann legen wir hier mal los. Okay, Maria Wart Schule, Maria Wart Schwestern, unsere Gründerin hat im 17. Jahrhundert gelebt und mein Hobby ist das Essen aus dem 17. Jahrhundert, deswegen auch die Speisenrezepte aus der Zeit. Das Fleisch ist noch nicht so alt, also nicht, dass ihr jetzt Sorgen macht. Das Fleisch ist schon relativ jung, das Rezept ist nur... Genau, es gibt einen Rinderbraten, der mit ganz vielen verschiedenen Kräutern über Nacht mariniert ist, Thymian, Majoran, Petersilie, Schnittlauch, aber auch was so für uns Ungewohntes... Also, Sie sehen es hier... Genau, Wegwarte, Ringelblumenblüten, Erdbeer- und Feilchenblätter, Boric, Ampfer, Schafgarbe, Salbei und Minze. Was warst du selber am Sammeln? Hast du jemanden, der für dich sammelt? Das wächst bei uns im Garten. Und du machst du auch selber, pflegst dann auch den Garten mit? Ja, wir haben so ein 5 Meter langes Kräuterbeet und ja, da hole ich dann auch die Sachen dann mit rein. Wir versuchen jetzt auch noch etwas Besonderes, denn wir machen tatsächlich einen Rinderschmurbraten und versuchen, den innerhalb von einer halben Stunde zu machen. Das geht, weil wir einen Druckdampfgarer dabei haben, da kommen wir nachher noch dazu. Wir schauen mal, ob wir es hinkriegen. Genau, nebenbei fange ich dann schon gleich mit dem Salat an. Es gibt einen typischen Salat aus dem 17. Jahrhundert, grüne Bohnen, rote Zwiebeln, rote Beete und der wird dann lauwarm serviert. Wir haben die ganze Zeit aneinander vorbeigeredet, weil Sie gesagt haben, Sie will Ihren Salat im Bock machen. Da habe ich gesagt, naja gut, freilich ist eine schöne Schüssel, aber eigentlich ist es ein Kochgerät. Und du siehst das an? Ja, aber so haben wir es. Okay. Aber Ihr Salat ist ein warmer Salat und deswegen wird er tatsächlich auch da drin angebraten. Ja, genau, die roten Zwiebeln werden jetzt erstmal in Spalten geschnitten und kommen dann da rein. Wenn die ein bisschen Farbe haben, kommen die Bohnen dazu und dann später noch die roten Rüben. So, wir braten hier dabei das Rüben nochmal ganz scharf an. Du kochst also für die 120 Kinder, Jugendlichen? Ja, Kinder sind das in meinem Fall. Die sind erste bis vierte Klasse. Und da muss ich jetzt zugeben, ich würde gern mehr kochen im wahrsten Sinne des Wortes von kochen. Okay, das war das, wo ich dachte, er ist schnell heiß. Ja, das ist gut. So, das Rezept, das Ganze nebenbei, wir haben jetzt nur angebraten, gepäffert, gesalzen, vorher eingelegt mit allen Kräutern. Genau. Und jetzt kommt einfach eine Menge Rotwein drauf, weil lieber Rotwein als tot sein. Genau, und das war im Mittelalter gar nicht so unzeitgemäß mit dem tot sein. Das Wasser war damals von der Qualität her so grenzwertig, dass man sich dann lieber mit Wein oder mit Bier ernährt hat. Weil es Künder war einfach, ne? Weil? Ist heute auch noch so. Na ja, okay, gut. Weil es sicherer war. Gut. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir vergiftetes Wasser haben, ist Gott sei Dank sehr gering. Da können wir auch sehr froh darüber sein. Das ist nicht in allen Ländern der Welt so. Und unser sauberes Wasser ist schon ein großes Stück Lebensqualität. Du darfst da noch ein bisschen das Ding entstehen. Jetzt wieder wegen mehr Power. Ja. Das mache ich. Wer macht denn bei euch den Einkauf, die ganze Organisation? Das ist alles, weil du hast ja die Kräuter holst du selber aus dem Garten. Und du machst auch das Beet? Ja. Also es ist so, ich habe ja vorhin schon einen Ansatz gehabt zu sagen, für die Kinder würde ich gern mehr kochen. Ja. Dadurch, dass wir personell ebenso bestellt sind, wie wir bestellt sind, sind die Hauptkomponenten im Moment leider noch angeliefert. Tief kühl. Und ich koche nur zu. Also du hättest lieber mehr Leute bei dir selber, die mit dir zusammen richtig kochen, so wie du jetzt kochst, ebenso ohne, dass was angeliefert wird. Ja. Und ich hoffe dadurch, dass wir ja in der nächsten Zeit eine neue Mensa kriegen, die ich dann mit übernehmen soll, dass das Ganze dann besser wird. Ist das Personal dann mehr aus dem Orten raus oder werden das Angestellte, wie würde sich das entwickeln? Alles Angestellte, also aus dem Orten, bin jetzt nur ich in der Küche. Das heißt, die Schwester Alba hilft mir ganz viel in der Küche und die Schwester Adriana in Speisesaar. Sind auch bei uns im Publikum. Das ist... So, nebenbei die Nachspeise. Das soll ein Lemon Cake werden. Also es ist überliefert, die Mary Ward hat auch gerne süß gegessen, also sehr gerne Orangenmarmelade, aber das ist jetzt heute nicht so effektiv mit der Orangenmarmelade. Also du bist eigentlich der Insider, der Mary Ward sagt, weil bei uns spricht man so von Maria Ward Schule, aber eigentlich heißt es ja Maria Ward. Mary Ward, ja, weil sie Engländer gewesen ist. Engländerin gewesen ist. Also da kann man sich jetzt als Insider outen, wenn man sagt, mein Kind geht auf die Mary Ward, dann kennt man sich richtig aus. Deswegen ist übrigens ihr Rezept am Tisch, nee, das sind leider noch da liegt, diese vier, nee, die vier unteren. Die da. Und du sagst ja, ich bitte mit, ach, deswegen ist das auch komplett in Englisch, weil deine Rezepte, die du da bei ihr suchst, sind dann auch alle Englisch logischerweise, oder? In ihren Quellen, alle Quellen sind quasi dann Englisch. Erzähl uns was zur Schule, wie ist das entstanden, diese Zusammenarbeit von Orten und Schule? Ja, die Mary Ward hat eben da im 16. Jahrhundert festgestellt, dass die Erziehung der Mädchen sehr im Argen liegt und die kaum Bildungschancen haben und dadurch benachteiligt sind und hat sich das auf die Fahne geschrieben, für die Mädchenbildung was zu tun und hat dann eben in den Schulen gegründet, nach langen Schwierigkeiten. Und Grundorten, also gleichzeitig Schulen und Orten, oder wie ist das entstanden? Ja, also sie hat sich mit gleichaltrigen Gefährtinnen zusammengetan. Man muss bedenken, sie war ja in England gelebt, war in Katholikenverfolgung, musste dann aufs Festland und hat eigentlich seit ihres Lebens mit der Kirche ein bisschen gekämpft, um das Ganze durchzusetzen. Am Ende ihres Lebens war es verboten, aber die Gefährtinnen haben das durchgetragen und so das ist oft so, dass intelligente Frauen mit der Kirche Schwierigkeiten haben, ne? Mary Ward, waschle. Was muss ich da zu den Zwiebeln? Du kannst dann die grünen Bohnen mit reinschmeißen. Okay, ja. Also bisher habe ich hier nur die Zwiebeln leicht gebräumt und jetzt kommen die grünen Bohnen. War mit denen irgendwas? Ne, sind einfach nur Bohnen. Einfach nur grüne Bohnen und ich habe hier den Lemon Cake, das ist einfach ein Mürbteig. Nein, für unsere Gäste hier an der Test-Essertafel. Obwohl es eine ganze Menge dazu gibt, also die Maria Ward-Schule und die Regie Regina hat hier genug Material mitgebracht. Das ist schön. Und auch genug arbeiten. Ganzes Menü, wo wir sonst immer nur ein Gericht machen, also das ist... Ja, das Essen in der damaligen Zeit war jetzt nicht einfach nur so nebenbei. Essen hatte nur einen Stellenwert, also das Mahl an sich. Ich habe auch so ein bisschen geguckt in der Geschichte. Wenn irgendwelche politischen Verträge geschlossen worden sind, wenn ein Vertragspartner an dem Mahl hinterher nicht teilgenommen hat, dann war der ganze Vertrag hinfällig. Okay, das sollten wir gleich bei uns auch einführen, dann bleiben alle bis zum Essen noch. Also die Nachspeise wird auch gleich noch gemacht, der Lemon Cake. Der kommt jetzt einfach nur ganz platt da drauf und dann kommt der in den Ofen. Braucht wie lange? 20 Minuten. Deine englischen Rezepte übersetzt du aber vor uns, oder? Ja, klar. Wenn ihr die dann im Internet oder was sagt... Ja, lieber werden sie mir übersetzt. Wenn Sie nämlich zu diesem Teil hier greifen, da finden Sie dann die Rezepte. Unter die-möbelmacher.de-rezepte sind alle Rezepte unserer Cockshow seit dem Jahr 2000. Denn mein Name ist Herr Beganserkind von den Möbelmachern. Wir bauen eigentlich die Küchen. Wir sind dafür zuständig, in Einzelanfertigung Küchen herzustellen aus dem Holz der Region. Und wir wollen aber zeigen, dass die eben tatsächlich Werkzeuge zum Kochen sind. Und so hat es sich im Jahr 2000 ergeben, dass wir mit Spitzenköchen gemeinsam Cockshows machen, um eben das zu demonstrieren. Hier ist der Köschbaum aus Lilling. Und Lilling, wer weiß, wo Lilling ist? Ich weiß das. Ah, ja. Mit Mitschwester. Köschbaum, Köschbaumgebiet. Und da haben wir viel von unserem Köschbaum her. Genau. Von einer Mitschwester. Die Schwester ist dort verheiratet. Darum kenne ich das so gut. In Lilling. Die Schwester ist verheiratet? Die Schwester von der Schwester. Die Schwester von der Schwester ist verheiratet. Okay. Ihr habt schon das, obwohl ihr keine Ehe habt. Genau. Ja, ist das bei Frauen? Bei Männern Zölibat? Wie heißt das bei... Ja, Ehelosigkeitsgelübde ist das. Das ist ein Name, den man wenigstens versteht. Genau. Genau. Wie viele Schwestern hast du als richtige Ordensschwestern? Also wir am... Danke, super. Am Kesslerplatz sind zwei Kommunitäten. Das eine ist... Ah, jetzt geht es aber doch mit den Trendern weiter. Ja, also zwei Gemeinschaften. Okay. Das eine ist die sogenannte... Hausgemeinschaft. Das kommt jetzt auch. Soll ich die in den Stücke schneiden, die rote Bete? Die hat da noch ein bisschen Zeit. Die muss bloß warm werden. Nur warm. Okay. Du hast alles im Griff. Ich hoffe es. Wunderbar. 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 Wenn du mir hier wieder Gas drauf gibst. Ja, vor der Panne. Reichen uns die oder soll ich noch ein paar dazu? Die reichen. Die reichen. Okay, dann mache ich hier schon mal mein Kreml ein bisschen auf die Seite. Also ein Cake hast du schon ganz nebenbei lockerflockig im Ofen. Ja, der ist im Ofen. Lockerflockig im Ofen. Kurz vor sich hin, wenn es wahr wird. Also wir sind zum einen 14 Schwestern in der Hauskommunität. Und dann ist noch eine Ausbildungskommunität bei uns im Haus, weil Schwester sein muss man auch lernen. Okay. Ist das richtig eine Ausbildung oder ist das einfach so eine Zwischenzeit, wo man noch quasi aussteigen kann oder eine Probezeit? Kann man sich das mehr wie lernen oder mehr wie Probezeit vorstellen? Beides. Also du hast am Vormittag schon auch wie Unterricht, wo du so in die Spiritualität, also in das Ordensleben eingeführt wirst, was über die Ordensgründer lernst. Maria Wart hat ja die Ordensregel vom heiligen Ignatius. Ich kenne sie nicht auswendig, muss ich zugeben. Kann man das zusammenfassen irgendwie? Ja, Ignatius von Leola, die Jesuiten. Also wir sind praktisch das weibliche Gegenstück dazu. Ist da ein paar drauf? Ja, da ist es. Und da sind drei Schwestern, die in dieser Kommunität sind. Und die Ausbildung machen quasi? Nein, die schon, also die leben. Nein, die Ausbildung leiten. Genau. Und jetzt im Moment haben wir eine junge Frau, die die Ausbildung macht. Seit letztes Austag. Okay. Man hört ja immer wieder, dass die Ordensschwierigkeiten haben mit dem Nachwuchs. Denn es ist so wichtig, reizvoll, das Thema zu formulieren. Gelingt ihr das? Wie gewinnt man Nachwuchs? Wie findet man Menschen, die bereit sind, dieses ehelose Gelübde und diese, ja, das ist ja dann doch sehr entscheidende Entscheidung. Ja, also mit Casting ist nichts. Casting ist nichts, okay. Ja, also ich denke, das Einzige, was man tun kann, dass man eben versucht, das zu leben. Und auch ein gutes Beispiel zu sein und zu hoffen, dass einem Menschen folgen, gelingt das? Bei den Männerorten ist es ja sehr schwer. Ja, also es waren in den letzten Jahren immer wieder junge Frauen, die sich entschieden haben für diesen Weg. Nachdem das eine Probezeit ist, ist natürlich klar, dass dann auch immer wieder mal eine sich dann entscheidet. Doch wieder zu gehen, aber das ist ja auch legitim, finde ich. Dafür ist es ja gedacht. Ich meine, das ist ja ein feiner Zusammenschluss, dass man sagt, zunächst mal macht man das eine ganze Zeit lang zusammen. Und dann, wenn man sich entscheidet, weil... Na, bisschen Wind haben wir auch. Und wie ist jetzt die Zusammen- ist die Schule dann von euch, von eurem Orden gegründet? Ja, also die Mary Gord hat ja Schulen gegründet und da gibt es eben... Und eure auch. Ja, in Nürnberg ist später gegründet. Mary Gord ist ja 1645... Naja, in Nürnberg ist ja auch schon ganz von alt. Ja, aber in Nürnberg selber, die Schule hat sie nicht gegründet. Jetzt die Schule am Kesslerplatz ist unser dritter Standort. Drei Standorten? Ja, einmal waren wir oben da bei St. Clara. Achso, ihr habt die nicht gleichzeitig, sondern ihr seid... Nein, immer wieder umgewechselt. Ja, ich habe jetzt gedacht, ihr habt drei Schulen und das wird jetzt aufwendig für dich zu kochen. Nein. Und drei Schulen gleichzeitig. Nein. Ich versuche mal ganz schnell die Pastinaken noch hinzukriegen, dass wir da noch den Pastinaken-Mülle-Ree draus machen können. Naja, bisschen Zeit haben wir ja. Jaja, doch, doch. Wir braten drauf noch zehn Minuten. Ja, funktioniert, ja? Ja, und ich lerne es noch. Das ist klasse. Also es schaut jetzt hier aus, wie wenn ich... Ja, naja, rote Beete ist rote Beete. Aber auch das wollen wir zeigen, dass in unseren Küchen auch die rote Beete verarbeitet werden kann. Und eine Massivholzküche steckt das locker weg. Wenn wir jedes Mal eine neue Küche bräuchten, wenn eine Köchin oder ein Koch rote Beete mitbringt, dann wäre das schlecht. Genau. Und irgendwann dann meine Finger das auch wieder wegstecken. Wie sind die Kinder drauf? Was essen die? Wir hatten am Freitag eine Kochshow mit einer Köchin, die eben auch für Kindergärten und Schulen kocht. Und war etwas frustriert, weil immer dann, wenn sie glaubt, jetzt was besonders Tolles für die Kinder gemacht zu haben, dann wollen sie es nicht. Sondern es hat ja alle Klischees erfüllt, dass sie, sobald es halt Pommes und Schnitzel gibt, essen die Kinder wahnsinnig viel. Und wenn es was Altrigsgesundes gibt, ist es bei euch besser? Ne, das ist bei uns genauso. Und du merkst genau, in welcher Familie zu Hause gesund gegessen wird. Oder wo es Gemüse gibt und wo es das nicht gibt, weil was man zu Hause nicht isst, isst man in der Schule erst recht nicht. Da sind wir auch drauf gekommen. Das heißt, den Kindern kann man eigentlich keinen Vorwurf machen, oder? Ne, das kann man auch keinen. Den Kindern kann man ja fast nie einen Vorwurf machen, aber auch in diesem Fall ist die Ernährung natürlich das, was zu Hause vorgelegt wird. Ja, das stimmt. Und bei manchen Kindern isst Gemüse was Gefährliches. Okay. Und dann isst man das auch in der Schule. Also das ist hier mein Spezial selber angesetzter Rotweinessig. Selber angesetzter Rotweinessig? Ja, wenn du da genau hinschaust, siehst du die Essigmutter drin schwimmen. Klasse. Der gleiche Wein, den wir auch im Braten verwenden. So richtig ausleben in der Küche für die Kinder kannst du dich nicht, oder? Ne. Du bist ja wirklich so begeistert von den Rezepten und von dem, was man selber machen kann. Das musst du ein bisschen runterfahren, oder? Ist das eine Arbeit und das andere Hobby, oder? Ja, also, ähm, es ist so, ich hoffe natürlich, dass wir dann, wenn wir die Mensa haben, Das ist okay, das ist normal. Ähm, dass man da dann, ähm, schon auch ein bisschen solche Sachen machen können, weil wir da die größeren ja dann auch haben. Dann ist die Küche einfach groß genug, und dann kannst du dich da besser ausleben. Ja, und, und die, die Mädels, die schon älter sind, die sind Gemüse gegenüber oder Salat dann schon aufgeschlossener. Die Kleinen sind dann natürlich... Ja, die müssen dann, weil da geht's dann wieder ins Fasting. Genau, aber so bei den Kleinen, da geht natürlich dann Chicken Nuggets, Pommes oder Fleischbändchen in Tomatensauce, gebackener Fisch. Wiederholst du nochmal bitte, was im Salat drin ist, denn manche sind später gekommen, und jetzt hast du gerade auch noch den Honig rein, dass wir nicht den Überblick verlieren. Gut, also... Rote Zwiebeln, in Olivenöl angedünstet, die grünen Bohnen, die gekochten roten Rüben, dann Salz, Pfeffer, Rotweinessig und ein bisschen Honig. Und das ist ein Rezept, das du bei der Mary Ward irgendwo, oder zumindest in ihrer Zeit, entdeckt hast? Also das, es gibt ja im Internet, gibt's ja da ganz viel, und ich mein Mittelalter... Jetzt hätte ich gedacht, du warst in den Klöstern und bist in die Bibliothek gebrochen, und hast da die Bücher so abgestaucht, oder jetzt hast du das auch im Internet... Also in unseren Archiven gibt's natürlich auch einiges. Wir haben in England eine Mitschwester, die da viel forscht, und die zum Beispiel auch rausgefunden hat, dass die Mary Ward gerne Orangenmarmelade gegessen hat. Sie die Orangenmarmelade für England erfunden, oder? Wahrscheinlich. Das sagen wir jetzt einfach mal so. Genau. Und dass sie auch gerne Fleisch gegessen hat, drum Fleisch. Also es gibt aus Lüttich eine Metzgerrechnung, die relativ hoch ist, weil sie da schon sich drum gekümmert hat, dass die Mädels, die da an der Schule sind, entsprechend was zu essen kriegen. Ja, ich mein, bei den Männern weiß man es ja eher, die wollten sich ja über die Fastenzeit rüber retten, und haben dann natürlich auch ihre Tiere gebraut, und sowas. Glaubst du was bei den Frauen? Haben die Frauen es mit der Fastenzeit gemacht? Ja, da war es ganz genauso. Also es gibt im Archiv dann, also eine Mitschwester in England hat da auch so ein schönes Geheft rausgegeben, was damals gegessen worden ist, oder was für die Kranken bestimmt war. Oder, also Weißmehl war natürlich auch was Besonderes. Mal gucken. Ja, das wird langsam. Damals schon. Und da gab es dann eher eben Roggenbrot und solche Sachen, und nur für die Kranken was aus Weizenmehl. Und ja, also von daher, und dadurch, dass Mary Ward mit der Kirche ja ein bisschen Schwierigkeiten hatte, und nicht als Orden erkannt, darf ich dir mal dein Ding ins Klaren, haben die auch ziemlich Geldschwierigkeiten. Das wollte ich gerade ansprechen, ich meine, die Fleischrechnung hat sicher auch was mit Geld zu tun. Genau. Und wenn sie mit der Kirche eher im Topf lag, dann war das gar nicht so einfach, das zu finanzieren dann wahrscheinlich. Ja, und von daher war das halt dann schwierig. Also es gab dann auch Zeiten, wo die Mary Ward mit ihren Schwestern sicher viel gehungert hat. Ja, das ist dann nicht fasten, das ist dann einfach hungern, ne? Genau, das war dann weniger lustig. So, ich denke, die Pastinaken könnten soweit sein. Dann quetschen wir die mal da durch. Upsi! Es ist immer gut, wenn man so einen starken Mann bei der Seite hat. Bei uns in der Küche müssen das alles wir machen. Na ja, schauen wir mal, ich bleibe mit der Stärke drum. Das ist die sogenannte Kartoffelstärke der Pastillake. Genau. Ein paar Minuten. Juchu! Ich hinten. Es macht nichts, ich habe noch zwei hinten hinten. Ich hätte nicht vorher üben sollen, oder ein bisschen länger kochen. Ja. Aber wir kriegen es zurück. Genau. Ich meine, früher hat man sich zum Kochen natürlich auch länger Zeit genommen als... Ja, die halbe Stunde der Kochshow ist da natürlich schon etwas schwieriger. Aber das liegt an unserem straffen Zeitprogramm auf der Bio Erleben, wo wir natürlich nicht nur kochen und essen und Kirche transportieren wollen, sondern auch die Mode. Ah, einige haben auch da unten schon sich an den Apfelwein geteilt. Ja, erzähl mal, wie du den gemacht hast, bitte. Also der Apfelwein ist auch Bio und ist haushergestellt. Darum ist der in der interessanten Flasche. Also der Apfelwein, letztes Jahr, aus unseren Äpfeln und selber geschreddert, gepresst. Habt ihr eine eigene Presse dann? Ja, so eine kleine Spindelfresse. Okay, naja, da ist ja auch nur oben der Spindel. Also bitte den Apfelwein mit Andach trinken, denn im wahrsten Sinn des Wortes, da steckt wirklich viel Arbeit da drin. Ja, in dem Pastinatenpüree auch. Ich weiß schon. Ja, aber es ist ja heute den Wahl, um so viel Püree will man da ewig. Genau. Wir drehen uns das schon so, wie wir das brauchen. Okay, das braucht noch zwei Minuten. Und wir haben da schon einen Pantomimen, der die nächste Nummer machen wird. Ich mache hier wieder ein bisschen Platz, ein bisschen was rauskommt. Salat haben wir ja ordentlich viel. Der Druckdampffahrer war leider belegt, weil da hätten wir die Passenaken hier in drei Minuten gehabt. Aber man kann nicht alles haben. Genau. So, aber damit kommst du zurecht, oder? Damit komme ich zurecht. Dann machen wir das mal so. Weil unser Fleisch ist auch in einer Minute soweit. Sollen wir dann schon mal zum Anrichten vorbereiten? Ja, das wäre nicht schlecht. Dann kommen da auch bloß Salz und Pfeffer. Und ein bisschen Sahne und Milch gemischt. Die Passenaken hast du gewählt, weil das eben auch das alte Rezept ist. Genau. Und das ist das, was ich auch faszinierend finde, was so Bio und Reward verbindet, weil Pastinake war ja in der Zeit so das, was jetzt die Kartoffeln sind. Kartoffeln gab es ja damals in Europa noch nicht. Weil es ja noch nicht eingeführt worden ist. Und in England und in den nordischen Ländern ist auch die Pastinake nie so in Vergessenheit. Im Drücken. Bist du zufrieden mit dem Salat? Du hast gerade genascht. Wunderbar, ja. Also in den Ländern ist die Pastinake auch nie so in Vergessenheit geraten wie bei uns. Und durch Bio oder durch die Bio-Bewegung ist die ja wieder so ins Bewusstsein gekommen. Dann hat man erst wieder gemerkt, was das eigentlich für ein gutes Gemüse ist. Also ich finde auch die Mischung klasse. So ein Püree aus Kartoffel-Pastinaken finde ich auch immer gut. Und wir haben an der Schule ja auch einen Freundeskreis. So einen Förderverein. Förderverein, Maria Waldschule. Muss man immer haben, immer aus steuerlichen Gründen, weil anders gehen wir die Sachen immer nicht. Ja, also die machen auch ganz viel für die Schule, unterstützen die Schülerinnen auch immer wieder, wenn Fahrten sind oder so. Und die haben einmal im Monat ein Treffen. Und da bin ich dann auch immer angesagt, einmal im Jahr auch was zu kochen. Also das ist dann... Kann ich davon schon? Kannst du schon anrichten. Einen Löffel drauf, wo du hetzten kannst. Nicht, dass ich deinen Teller entwürfe. Naja, wir haben ja drei verschiedene Sachen. Einfach irgendwie Darn, Eck, Darn, Eck, Darn. Und darf ich vor ein paar Jahren auch so einen, aha, der Braten schreibt. Das ist so ein Abend gemacht, alte Gemüsesorgen neu entdeckt. Und so, jetzt müssen wir mal hier unser kreatives Braten... So, jetzt haben wir also in 20 Minuten hier den Schmorbraten geschmort, dank dem Miele-Druckdampfgarer. Schauen wir mal. So, dann kannst du das da mal mit irgendwie dazutun. Ja. Und ich schau mal, dass ich hier unser... Schmeid mal gleich auf. Du kannst auch von dem dann noch... Ja, doch bloß. Ja, okay. So, ich habe jetzt keinen speziellen Biometzger, aber die besorgen mir das auch immer wieder. So, ich habe die Metzgerei Braun am Bahnhof und die besorgen mir auch immer tolle Sachen. Und auch in Bio-Qualität, wenn ich das haben möchte. Okay, also, jetzt eine wunderbare Scheibe. So. Neue Küchen sind immer was Schlimmes. Irgendwas, wo ich das... Was suchst du? Ja. So. Und dann... Ich schaue mal die Scheibe dazu jeweils. Na, hoch. Na, wenn wir anrichten, wird es bei uns immer ein bisschen ruhig. Na, anrichten. Volle Konzentration. Ja. Also, wenn Sie was dann am Tisch haben, wird es bei Ihnen wieder ruhiger. Das ist die Reihenfolge. Die Schule selber ist eine Mittelschule? Was ist das für die Schule? Wir haben Grundschule, Realschule und Gymnasium. Okay. Und, ja, also von der ersten bis zur zwölften Klasse ist alles möglich. Ach, wir haben sogar einen guten Zusammenhang zur Modenschau. Denn die Kerstin Bauer, der Firma Blond, war auch auf der Maria-Wahl-Schule. Aha. Hast du die gehabt? Gesehen, kennengelernt? Ne, also ich bin ja die meiste Zeit in der Küche. Ich habe zwar mit den Schülerinnen auch viel zu tun, gerade wenn es so um die Vorbereitung von irgendwelchen Abschlussfeiern geht oder Durchführung von Aktionen, Würstchenaktionen für irgendwelche gute Zwecke oder Kuchenaktionen. So, dann schauen wir. Und jetzt noch die Soße drauf? Genau. Warte, ich kipp's da. Nein, das ist mir so böse. Dann kommt man von dort aus. Wunderbar. Lass mich noch mal ganz kurz schauen, ob man das gefahrlos anbieten kann. Ich hoffe doch. Also an diesem Mikro vorbeiprobieren ist... Wir liegen gut in der Zeit. Ja, Teamwork ist alles. So, schauen wir. Okay, wenn wir den Fetter fertig haben, dann gibt es noch einen Nachtisch, den da haben wir dann aber bereits übergeben auf die andere Bühne. Wenn die Soße drauf ist, ist es dann schon? Und wenn die Soße drauf ist, ist es schon? Dann haben wir es schon. Genau. Und ich schneide dann den Nachtisch noch klein, der kommt dann hinterher. Also das wird dann einfach... Ich würde jetzt gerne Platz behalten. Spalten. So, dann bedanke ich mich nicht nur fürs Kochen, sondern vor allem für den Einblick in die Schule und in den Orden Maria Ward. Wird mal den Mary Ward, wie der Insider sagen würde, weil die Dame ja aus England kommt. Na, das ist das in der halbe Stunde. Halbe Stunde haben wir genau gebraucht. Und zwar auch die Sekunde. Also dann bitte ich mal einen großen Applaus für die Regina. Regina Werner, Küchenchefin von der Maria Ward Schule. Kann man zu euch mal in die Schule kommen zum Probeessen? Also haben Sie lauter Fans gewonnen? Ja, wir haben für unsere Grundschülerinnen, da haben wir immer ein Probeessen, bevor das Schuljahr angeht, aber... Okay. Was jetzt noch mit ist, kann noch werden. Die Rezepte finden Sie, alle Rezepte von den Kochshows dann unter die-mogelmacher.de schräg sich Rezepte. Wie versprochen, wie die Regina versprochen hat, nicht auf Englisch, sondern auf Deutsch übersetzt. Und dann übergebe ich zur Corinna Milke für die nächste Show auf der Bio erleben. Dankeschön. Genau, drüben an der Tafel wird es jetzt denen, die da sitzen, sicher sehr schmecken. Und Plonk meldet in Nürnberg in einem Durchgang. Plonk verarbeitet übrigens...